hallo freunde willkommen zur ersten übernachtungstour im neuen jahr 2021 ja ich bin unterwegs in winter wonderland nicht alleine sondern mit dem winter prince ja heute ist wieder hot tent angesagt zwei männer nackig im zelt wenn ihr das nicht vermassen wollt dann bleibt dran ich wünsche euch viel spaß mit dem video und den folgenden bildern dann da 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 Musik 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 Hier ist unser Ziel angekommen Mitten in einem richtig tief verschneiten Winterwald Haben wir jetzt hier eine schöne Freifläche gefunden Da werden wir jetzt unsere Lager aufbauen Ich meine Tippy hier Siggi sein Zelt da hinten Ja, den Abend über werden wir dann im Zelt Den Zeltofen verbringen Ja, und zum Schlafen geht er dann später rüber Ins eiskalte Zelt Gut, aber jetzt gleich lang schnacken Noch eine Stunde Licht Also aufbauen Und dann Geht der gemütliche Teil los Musik 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 Die Tippys stehen schon mal Und wie man da hinten sieht Fängt es schon langsam an zu dämmen Der Himmel färbt sich ein bisschen orange Schöne Atmosphäre hier im Wald Ich habe gerade eben noch eine richtig coole Höhle gefunden Hier gehen wir vielleicht mal ein anderes Mal hin Heute Abend Bleiben wir dann hier Also Jetzt nochmal ein Zelt, Ofen aufbauen Dann nochmal ein oder zwei Fichtenstangen suchen gehen Und dann geht's los Musik 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 ja freunde der ofen brennt momentan mehr schlecht als recht hatten jetzt heute auch wieder das problem im feuchten holz gefrorenes feuchtes holz in der nähe hier war so ein kleiner unterstand in einem feld sind da haben wir noch ein bisschen trockenes holz gefunden das nutzen wir jetzt so ein bisschen immer abwechselnd mit dem feuchten das andere ist schon hier unten drunter am trocknen ja da es jetzt schon langsam auf halb 8 zugeht wird es mal zeit das abendessen vorzubereiten heute abend gibt es eine geile bolognese also ob sie geil wird das werden wir mal feststellen jedenfalls gibt es bolognese deswegen jetzt ist mir ein bisschen was geschnüppelt ich bin schon ein halber was ein duft hier drin vorstomaten mark reinkommen kommt das hier rein der pommes mann wird sagen es ist ein booster youtube andere youtube kanal ist das vielleicht kennt ihr den bei mir ist es einfach würzgemüse quasi sellerie karotten petersilienwurzel ja gemüsebrühe und salz drin damit das ganze haltbar ist und das kommt jetzt da rein und wird auch noch so ein bisschen mit angedünstet und dann kommt gleich noch ein gemüse mark mit dazu tomaten mark war leider aus bei uns daheim aber gemüse mark ist genauso gut gibt auch noch mal schönen geschmack an den ganzen bums hier nachdem es jetzt hier drin kuschelig warm ist hat sich der siki dazu entschieden die nacht dann doch hier im zelt naja ich pumpe mal schlafen meine mathe auflegen gleich mal drauf als ob du noch mal aufstehst das feuer brennt jetzt auch ordentlich im ofen die bolognese ist schön am blubbern da kommen jetzt gleich einfach die nudeln noch rein eben gab es noch einen kleinen ja gruß aus der küche einen schönen crispy grillensnack ja und hier was ist das nennen sahnelikör käskuchen geschmack von arbeitsgelegenheit schmeckt wie milch mit alkohol aber sehr lecker ja definitiv ja hier drin haben wir jetzt so um die knappe 25 bis 30 grad würde ich schätzen ich muss korrigieren aktuell in der spitze um die 18 grad aber es lässt sich hier drin sehr gut aushalten meine sind warm zu not muss man die ein bisschen näher hier anhalten aber nicht zu nah sonst sind sie heiß es wäre angerichtet war ein bisschen parmesan drauf scharfes zeug darf nicht fehlen hier ist noch die nächste ladung gleich auch noch fällig malz herzegi sehr geil trotz dass das hat vielleicht nicht wirklich größter rum in dem topf hatte und ordentlich knoblauch ach leute ist das einfach chillig die pasta haben wir verdrückt das ist schon eine ganze zeit lang her ja zwischendrin gab es noch ein zerbrunner aus berchtesgaden noch ein bisschen was von signis sahne milch käsekuchenlikör und jetzt gibt es gleich noch eine harte nuss ich habe noch ein bier und noch ein bisschen glühwein so soll ein abend laufen also ich möchte mich wahrscheinlich später noch mal kurz vor wenn wir uns dann hinlegen also um uns weg zu gehen überliegen weil ich aber schon seit zwei stunden einfach genial ich kann es euch nur empfehlen zeltofen ist eine geile sache wenn er brennt und jetzt ist gerade wieder so ein bisschen runter das merkt man sofort eben hat man an der spitze über 30 grad hier unten sind so ja um die 15 bis 18 etwa naja mittlerweile bin ich beim med angelangt die vorletzte runde danach geht es tatsächlich dann in die haja haben wir mittlerweile schon kurz vor zwölf zwölf viertel vor zwölf ja wenn es gucken dass ich den ofen noch einmal richtig voll boller hochheiz dann schön warm haben wenn wir dann in die schlagsäcke reingehen das ist für euch dann uninteressant ich melde mich morgen früh noch mal in dem sinne wünsche ich wie immer und seine guten nacht mal in dem sinne wünsche ich mir das 1 direkt hier drin im zelt die außen haut das alles gefroren hier fängt es langsam an zu tauchen durch die wärme des feuers der ofen brennt ist schon ordentlich ich kann man schon schön erkennen dass draußen die sonne aufgeht sich ich gehe raus hol die drohnen mit und jetzt gibt es da ein paar hoffentlich epische aufnahmen für euch und jetzt in die kalten schuhe rein so Das war's. Das war's. Ich muss gerade noch ein bisschen Holz machen. Fürs Frühstück. Und Leute, guckt mal. Die Sonne. Oh, ist das herrlich. Ein traumhaftes Wetter. Strahlenblauer Himmel. Hier draußen ist es richtig frostig. Sigge lässt gerade die Drohne fliegen. Oben hat so eine schöne Hochebene. Sind sogar eine richtig große freie Stelle, aber das war nichts. Hier im Wald. Es ist schöner. Eine herrliche, gedämpfte Stimmung immer. Und ein nerviges Drohnen-Summen. Ja, bei so kaltem Wetter esse ich gerne Suppe. Jetzt so einen Kaffee. Hauptsache, ein bisschen was Saumes im Bauch zum Frühstück. Der Ofen ist wieder ordentlich am Heizen. Also hier war es richtig mollig warm. Wie gesagt, das Frühstück. Der Lachsack ist schon weggepackt. Und danach werden wir auch langsam zusammenpacken anfangen. Haben wir heute noch eine gute Strecke vor uns. Nochmal 4,5 Kilometer etwa. Bergab. Aber ja, komplett bergab. Das ist der Vorteil. Wir haben die Arbeit gestern gemacht. So, also, super wird. Kalt. Ich esse mal. Ja, Sigge baut ab. Ich bau ab. Wir brechen das Lager für heute ab. Ich denke mal, rückwärts ich noch ein bisschen was filmen. Dann kommt noch ein kleines Hals hinterher. Also nicht gleich abschalten. Von mir gibt es aber jetzt dann nichts mehr zu hören. War wieder eine sehr schöne Sache. Ein Abenteuer im Winter, Winterwald. Es hätte für mich, dürften tatsächlich noch ein bisschen frostiger draußen sein. Wo es schon knackig kalt war. Ja. Aber es war schön. Und jetzt zum Schluss werden wir mit dem wunderbaren Wetter hier, mit dem herrlichen Sonnenschein belohnt. Da ist die Sonne irgendwo da hinten dran. Ja, an der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das kleine Video hier hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Über einen Kommentar auch immer. Für die, die ganz neu hier sind, gerne auch mal den Abo-Button drücken, ey. Schnellbeinschlacht zu eröffnet. Und ja, die kleine Glocke nicht verpassen. Nicht vergessen, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. So heißt es. Und dann sehen wir uns. Ich dachte, das ist offen. Ja, ein bisschen vielleicht noch vom Mähd gestern Abend. Dann sehen wir uns im nächsten Video nochmal. Vielleicht hier aus dem Winterwald. Ach, sie sind hier? Ach, sie sind hier? Kommst du nochmal her? Vielleicht, ja. Mal schauen, mit jemand anderem. Ja, okay. War nicht schön genug mit mir oder was? Fick dich. Ich wollte ja, du wolltest ja die ganze Zeit. So, es ist demonetarisiert. Also, ciao, macht's gut. So, es ist demonetarisiert. So, es ist demonetarisiert. So, es ist demonetarische Musik. eine richtig coole höhle hier jetzt mal ganz leise sein denn da im stroh schläft die vanessa an der stelle viele grüße und weiterhin gute besserung so so Bis zum nächsten Mal.